Als Agentur beschäftigen wir uns auch sehr viel mit dem Thema, wie man Veranstaltungen nachhaltig und klimaneutral umsetzen kann. Da ist die Zusammenarbeit mit Kesi für die READCON uns eine absolute Herzenssache und eine Freude, weil dort nicht nur von Nachhaltigkeit geredet wird, sondern auch konkret umgesetzt wird. Sei es bei den Einladungen, bei Materialien und beim Catering.